Joao Leute, ich bin Svito. Wie ihr seht habe ich hier einen Brief bekommen. Machen wir mal hier auf. Machen wir mal rein. Und zwar habe ich hier einmal ein Stromkabel. Und zwar für die PS2. Ich habe zwei Polungen. Von Ludwig Tech. Original. Perfekt. Weil mein Kollege braucht noch einen. Joao Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.